cool, wir haben die Benchy erledigt so, get the weapons ihr beiden macht das schon hier kriegt das locker hin was haben wir denn da jetzt was ist ja der ist ja tot hier kriegst du die Katze vielleicht bist du dann besser gelaunt weil er fühlt sich ja alleine was haben wir denn gekriegt? Ah! schwer bekommen, nice Kidnaped Pilate das ist was sie wollen fairer tausch ist ein fairer tausch und wir haben schon zu bestimmt da finde ich das absolut gerechtfertigt nicht gerechtfertigt dann einfach den Piloten zu kippen so, was wir von den Zoms bitte wieder befreit weil die Nerven du möchtest nicht mehr reden, was möchtest du nicht mehr ok, sie hat also bei den Newspaper gearbeitet in der Zeitung hm ok dann kriegt sie einfach das ja was ist denn los dafür kann ich nichts das verstehe ich nicht wieso nicht, wir haben doch zwei Bars ok, sie sind verletzt worden die muss ich jetzt leider alle mal da rausschicken damit ich da rein kann so, wir haben ja hier so ein super Priest der kann dann da auch das tun was er gerne tut ok also ich versuche wirklich jedem Wunsch von jedem Überlebenden gerecht zu werden das ist aber gar nicht so einfach, weil ja komm, warum nicht gut gut, also wir haben ein paar Girls gehiert von Gustav, unserem Subifreund gut hm, der Gustav scheint nicht sogar der Nettestus zu sein und, naja hat Bodyguards, die dafür sorgen, dass sie da bleiben aber sie kriegen was zuerst hm hm ja, das Rangement der Doc möchten auch mit mir einmal reden na warte mal bevor wir das jetzt tun werden wir hier kurz den Sebastian vorbeischicken dass der kurz mal sich was greifen kann so ok ähm finde so schade, dass wir keine Pferde haben ok er mag hier dann kriegst du halt enemies auch noch so dann gehen wir hier mit Logan ähm der hat speech der zischt ein bisschen guter Lisbeth und hat äh für eine Mining Firma gearbeitet ja dann kriegt er einfach mal das Perk doch so der holt so das letzte da raus was er finden kann zack kann man hier brauchen dann gehst du da bitte wieder raus weil unsere research abteilen researchen muss so dann geht's direkt weiter mit dem forschen einmal gemeinstimmung ist immer noch beschissen oh ja Töter sehr schön dann bauen wir mal ein paar davon ich glaub das ist eine ganz gute Idee oh ammunition ist knapp sehe ich gerade sehr knapp sehr knapp warum hat er geklaut wieder ok so Materialien haben wir auch keine mehr das ist natürlich doof so aber kein Problem kein Problem ammunition können wir bauen und sie tut's weil sie kriegt ja irgendwie mehr daraus wenn ich das richtig verstehe also kriegt sie ja auch ganz gut hin und Materialien haben wir gerade auch so der kriegt die boombox yay tanks und rocket launcher machen ach cool ach cool mach's mit der range Waffen mach's mit der range Waffen mach's mit der range Waffen eben weil dann haben sie besser gemacht ja das können sie mal getrost vergessen tja und dann werden wir doch die Mission von dem Piloten kidnappen machen so werden wir nicht einen unserer guten Männer da werden wir doch Sebastian werden wir darauf ansetzen der kriegt dann irgendwie schon ganz gut hin glaube ich so dann killen wir die letzten zwei Zombies die wir hier hinten haben und dann wir haben auch schon alles für uns beansprucht dann the pilot achso sie möchte die Stadt sowieso verlassen ja klar wir nehmen alle mit so wir haben den Piloten erfolgreich gekidnappt so dass ich das richtig verstanden habe wir create an ammunition immer weiter perfekt achso da ist ein neues Gebiet dazugekommen klar nimm ihn mit besser als wenn er da verreckt draus unsere Stadt kann sich ja sehr gut selbst versorgen auch wenn den Leuten zu langweilig ist hm hier ist unser Pilot hier ist unser Pilot und sie hat wirklich gerade ein Baby dabei alles klar so alles klar wir haben wieder was erforschen können sehr schön jetzt müssen wir wieder den ganzen der sich da drin befindet und eins weiter bringen kann er dann auch einfach mitmachen mach das mal verdammt jetzt habe ich sie von hier abgezogen naja mach einfach mal automatisch Tools warum nicht du kannst es ja so so dann möchte ich da einer mit uns reden was ist denn mehr von der Story klar warum denn auch nicht hm 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 ok was bringt eben wie ihr denn machen wir einfach das es ist kein wirklicher Engineering Skill da so der Captain was ist denn ok 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 was mach das mach das wird auch gut in einer Kirche warum denn nicht wo so oh da ist ein Feld was wir noch nicht haben alles klar so und hier hinten ist auch noch ein Feld was wir nicht haben so das legen wir auch direkt und hier bauen wir auch so einen Turm hin so du sprichst mal mit denen so du sprichst mal mit denen du kannst das Science das brauchen wir nicht mehr das war's schön hat uns sozusagen rausgeworfen so dann bauen wir elektrische Türme oder gut gesicherte Türme ok die schlechte Laune scheint um sich zu greifen das ist natürlich ungut so gehen wir noch mal mit denen hm ja ich genau jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte der Präsident ist immer noch schlecht gelaunt ohne Grund so Minigun Klasse Klasse da haben wir schon einige geile Waffen gefunden nach Wiener Talk with Davies wir haben keine Munition ja schwierig zu schwierig machen wir mal keine Munition mehr hat und sie unbedingt welche haben wollen und man vorher nichts anderes mit ihnen besprechen kann so aha fly away wir können einfach abhauen einmal einmal vier Leute mir gefällt das ja alles nicht mehr ist das Spiel dann zu Ende ok ok oops almost forgotten ok da haben wir die Passagierliste die wollen alle weg und wir verlassen die Stadt per Flugzeug wo es anscheinend alle tragen kann und continue up and away gut ich weiß nicht wohin wir jetzt fliegen aber ein anderer wird die Stadt einfach übernehmen so da haben wir noch eine coole Wertung und das war's ach können wir jetzt continue mit denen wir können einfach mit denen jetzt die nächste Stadt machen alles klar ja gut aber ich wollte es halt nur ich wollte nur eine Stadt machen erstmal ist ja es gibt ja auch eine Kampagne dazu das war jetzt einfach free alles klar ja gut dann bedanke ich mich für's zu sehen und sagen wir mal bis zum nächsten Mal bis dahin